weil es geht nicht so Peter was machen wir heute ja jetzt gehen wir grillieren schön ja du machst vorwärts ich mache vor fünf ja ja fünf Minuten gehen wir aber deutsch kannst du oder ja ich meine englisch fünf Minuten gehen wir ja wir gehen nur fünf Minuten ich wollte nur sagen dass wir können auch deutsch sprechen weil wir haben hier einen Schweizer ja ein richtiger Schweizer ist auch verwandt von mir aber ich weiss nicht von irgendwo ja von lange her so ist das ja und wir gehen jetzt grillieren und wir gehen zur Quelle immer zur Quelle oder immer zur Quelle gehen wir genau aber deutsch in fünf Minuten gehen wir hier jetzt weg ok fünf Minuten kannst du oben noch ein paar Video machen und sieben Sachen meinst du ja so nimmt er das mit könnte man ja ja also man muss nicht aber wie du willst nein ich weiss nicht ob ich das mitnehme ich habe ein Ding vergessen Haushaltpapier weißt du nein aber ich habe Toilettenpapier geht auch rumänisches Toilettenpapier ja das ist besser als gar nichts okay everybody listen basically we're going now and i just wanted to say you know what i wanted to do that's gonna happen you know i will i will start from the beginning and go backwards du musst du Filme machen und dann auf youtube bringen deswegen gucken aber es kostet es kostet alles kostet es kosten was kostet das weisst du viel Geld da aber vielleicht habe ich einen sponsor irgendwo weisst du nein vielleicht habe ich einen sponsor irgendwo Ich werde mich sponsorieren. Und dann ist das kein Problem. Du kannst schöne Filme machen in Rumänien, da gibt es Bären. Nein, in Rumänien will ich keine Filme machen. Weißt du warum? Ich will dir das erklären. Es geht nicht um Rumänien. Ich will meine Geschichte von Italien zurück nach Albanien durch diesen Ablauf von meinem Vater. Diese Generationen-Geschichte. Genau. Die Generationen-Geschichte von meiner Mutter. Deine Abstammung und so weiter. Das interessiert dich, das weiss ich schon lange. Das interessiert jeder. Woher du kommst. Zum Beispiel, wir wissen von meiner Mutter, dass sie Schweizer ist. Aber ich habe Vermutungen und Geräusche, dass irgendjemand von seinen Vorfahren Juden waren. Zum Beispiel seine Großmutter. Aber das kann ich nicht folgen. Das kann man nicht beweisen. Das habe ich mir auch gemeint, aber das ist im Sand verlaufen. Genau, das ist so. Aber das mit meinem Vater, dass er abrische Abstammung hat und albanische Abstammung, das kann ich verfolgen. Weil die haben in Italien Beweise. Also ich muss nur zur Gemeinde gehen, bis im Süden. Und dann von dort schauen wir. Das kann ich und das will ich machen jetzt. Jetzt hat man ja die Gosche Formenien. Das auch. Ja, wie wirst du das in Italien erledigen? Das mache ich... Das, ich weiss wie. Das mache ich schon. Okay, also wir gehen jetzt grillieren, oder? So machen wir das. Die haben Fleisch gekauft für 200 Fr. gepasst. Nein. Ja, die Schweiz ist teuer, ey. Die Schweiz ist teuer.